Abschiedskonzert Turnhalle Grafing, 25. September 1982, Ausschnitte Walter Schäfer Jürgen Rossmann Mike Huber Kurt Kröger Wolfgang Dietl Idee, Kamera, Montage Hans Brockel SVHS, 24 Minuten und 48 Sekunden Schäfer Jürgen Rossmann Schäfer Jürgen Rossmann Schäfer Jürgen Rossmann Schäfer Jürgen Rossmann Dreijon Rossmann Untertitelung. BR 2018 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 Danke, wir wollen heute ein Lied spielen, das haben wir, als wir in der Besetzung, wie wir heute herum auf der Bühne stehen, angefangen haben, das haben wir damals so ziemlich am Anfang gespielt. Wir haben es auch gar nicht mehr geübt, wir haben es alle so ungefähr im Kopf. Und zwar ist das von Santana das Lied. Mittlerweile hat natürlich der Kurte eine zweimanualige Orgel verkauft, sodass wir es so original eigentlich gar nicht mehr spielen können. Aber denkt euch mal, das zweite Manual dazu. Das klingt fast genauso, nur etwas tiefer. Also das kann man sich schon vorstellen. Jetzt wäre es interessant, was wird das denn werden? Genau. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020